Ich habe nochmal nachgedacht und das Pokémon, wovon sie redet, mit diesem ungewöhnlich langen Schwanz, muss nicht unbedingt ein Legendary sein. Weil in Smaragd gibt es in der Kampfzone Farbigel zu fangen. Was ist ein langer Schwanz? Und was sie sagt, dass es ungewöhnlich ist, vielleicht kann es daran liegen, dass an der Schwanzspitze von Farbigel einer Pinsel ist. Okay, es ist wahrscheinlich Farbigel zu fangen, bla 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 bla, Farbigel. Ladies, the way they badmouth each other, you probably think that they don't get along, but if that were true, they wouldn't stay out here together, wouldn't they? Haha, you couldn't tell it from looking now, but I used to be one top trainer. I had a reputation as the toughest beauty around, I tell ya. What is it now? You don't believe me? I'm not like that blowhard woman over there, I'm actually talented, let me prove it to you. I can teach your Pokémon special and get cute moves. Yes. And yet, cute. But my lessons don't come free. How about paying for the moves I teach with a wee bit of battle points. Ich hab keine. Aber interessant, du bist so eine. Battle points. Was hast du denn? Softboiled. Recover up to half the user's maximum HP. Boop. Seismic Toss. Inflict damage. Identical to the user's level. Nach Nebel ist es nicht. Das hieß ja anders. Es gibt dann so eine Psycho-Attacke, die eh nicht funktioniert. Fall nicht Dream Eater. Was das so sein wird. Wahrscheinlich nicht Traumfresser. Cover half the damage. We can do a sleeping throw. Mega punch. A strong punch throw with an incredible power. Mega kick. Extremely powerful kick with intense force. Body slam. A full body slam. It may cause paradise. Hey! Es ist kein Toaster. Touched Ball. A full body slam. A full body slam. Smack House clinch. Counter. Habe ich noch nie benutzt. Er hat gesagt. Schwer-Tanz. 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 Tja-Zahn. Ach so geil jaaaarh. Du wirst einfach mit den Anruf. Schwer und fragen ob ich dir Zeit zurückreisen PUK. dich lieber hierher rguru raizen? Dann wird es verrüst genauso summarize wie jetzt. Zeitreisen sind merkwürdig. We are way up and meet in challenges. Wann wir mal das deutsche Name? Komm, Farina? Ich bin mir gerade nicht sicher. Dann... Sure, keep that track down. I would rather fans should seek to change for some gym leader. Doom Ace is mine, the only idol for me. You ain't motherfucker! Huh? Will you listen to yourself? That's nothing. Why, the last time I cheer for him, our eyes melt and sparkles bloom. Ooh, da ist jemand wirklich alt. Those people scrabbling over there, it's hard to believe. But they want trainers and good ones too. They used to be incredibly tough. And then they took an arrow in the knee. And they were famous too. And they were... Yeah, Pokemon in Skyrim. But they were... Obdiated by a certain trainer at a tournament. They were so... ... 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 URD ... ... ... ... Schnauze dahinten, ich versuche mich im Kampf zu konzentrieren! VENEZIA! So, this is here, is the Battle Dome, I won't let gentlemen beat me! Nicht so lange mein Name ist Bürgermeister Leonis, ich bin extra den zweiten Weg hergekommen, um meinen Bruder zu finden, hier in VENEZIA! Das ist nicht VENEZIA! Was nicht da? Ach, verdammt! Irgendwo! Ach, verdammt! Schicke Musik! Mach mir gleich, mach mir gleich! When a trainer chants the tournament wins at the Battle Dome, he or she gains a reputation as a STAR! Das kann ich auch in Schwarz 2 Weiß 2 im PokéWood. Bei einem gewissen Grad, wenn das Pokémon mit spielt, bekommt es sogar, wenn es aus dem PokéWood kommt, so ein Stern! Ja, hat mein Lucario! Tough Trainers are drawn by that rotation to the Battle Dome! Ja, DOOM! Nein, Dome! Man muss das! Achten auf die Aussprache, chicken! A true Superstar is a Trainer who can keep winning tournaments! I ran into one of the tournament favorites in the very first round! Of course I got trashed! To my armor! Better Tournament Rules! Matchup! The tournament matchups are done are based on the toughness of Pokémon held by Trainers. The matchups avoid having tough Trainers face each other right away! The Tournament Chart, or as we call it the tree, is available for viewing in the waiting room. From any guide. A tree! I would like to be a tree! Aua! Tournament tree will prove several kinds of data. Ja, wie so ein Tournament halt, ne? Wettbewerb, so ein Baum, Ding. Ach, ihr werdet schon sehen. The data on views includes the previous Tournament results that Pokémon held by Trainers and the battle styles of Trainers. Double KO! So... If Bending Pokémon feint as the same time a Double KO in a Tournament match, the Refers will review the match and declare the winner. Interessant! Ja! Tja, Chick, du verlierst, weil du das Double KO nicht gewinnst! Na, so ungefähr sieht's aus. Das heißt, wir müssen eins, zwei, drei Kämpfe machen. Vier. Drei. Ja, vier Kämpfe. Vier Kämpfe in Folge. I technical! I get the Vulgar! I get the Vulgar! This has been a Pokemon. Und den Neko. Borshwar. Habe ich eigentlich jemals ein Borshwar gesehen? Warte, wie hast du im Englischen? Fibas. Das interessiert mich jetzt. Das interessiert mich jetzt. Einen Melo-Tick zu haben, wäre schon awesome. Gibt es dich? Wahrscheinlich Super-Angel. Nehme ich jetzt einfach mal an. Nehme ich jetzt einfach mal an. Was ist der Monitor? Ja. Where the strategies of trainers are put to the test. Welcome to the Battle Dome. I am your guide to the Single Battle Tournament. Would you like to challenge the Single Battle Tournament? Klar! F50, wie gewohnt. Excuse me! You don't have three like the Pokémon. You must have three different Pokémon of level 15 or less to enter. Oder weniger. Also must be holding different kind of items. Exai in... In the light... What? Da machen wir halt Open. Anstatt das einfach runter zu stufen, meine Pokémon. Wer nehme ich denn mit? Soll ich gemein sein? Und Rita mitnehmen? Ach komm, wenn wir schon mal Kiesel sind. Ähm... Eiscreme und Milky. Ja, safe, safe, safe. Immer speichern, immer speichern. Safe, early, safe, often. Eiscreme und Milky. Dann speichern wir! Dann speichern wir! I will now show you to the Battle Dome. Dann zeig's mir mal. Zeig's mir so richtig! So viele Türen! The first round match is next! Are you ready? Was? Ready? Ich muss bereit sein! Jemals! Was kannst du mir denn über meinen Gegner sagen? Chicken's next opponent is this trainer. Ein Eis-Pokémon. Ein Flug-Pokémon. Schwer, schwer, schwer. Am besten liete ich damit Milky. Okay. Um sicher zu gehen. Oder kann ich überhaupt liegen? Den Lied wechseln? Hab keine Ahnung.